Heute stelle ich Ihnen ein neues Buch vor, was frisch auf den Markt gekommen ist. Es ist von Roland Bader, Freiheitsfunken 2, erschienen im Lichtschlag Verlag. Roland Bader ist in diesem Jahr viel zu früh verstorben. Er ist einer der großen Freiheitsdenker dieses Jahrhunderts. Und er hat in diesem Buch eine Botschaft an Mario Draghi hinterlassen, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Er sagt, an andere Leute Geld kommt man am schnellsten und umfassendsten, wenn man es selber drucken kann. Genau das macht Mario Draghi jetzt. Schafft sich dieses Buch an, es gibt viele weitere kluge Anregungen.